Ja, vor allem waren wir alle zufrieden, weil wir gewonnen haben und weil wir heute 20 Punkte haben. Ich erinnere mich vor einem Jahr, es war in Hamburg am 2. November, schon ein Jahr und es geht schnell. Und das war immer fantastisch, Kontakt mit den Fans und den Supporter. Wir haben Glück hier, dass die Fans und Supporter etwas vom Fußball verstehen. Das ist ein großer Vorteil für mich und für unseren Staff. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dass sie uns immer unterstützt haben, das ist Fakt. Seit ich immer bin, aber seit ich da bin, war es immer perfekt. Wir sind immer hinter der Mannschaft und das hilft uns. Klar, definitiv, sie bringen uns etwas. Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020